Applaus Hey, ich kann's jetzt auch, oder? David, da wollen wir mal deine sieben Sachen packen, ne? Damals soll ich doch noch ein bisschen Tiefel kommen aus meinem neuen Frigidaire-Visent. Das hält sich bestimmt noch wochenlang in, wie sagt sie immer, in den Nachmitteln. Ja, aber den drückt nicht alles, was? Ach, Gansal, das hab ich doch schon verhinkt, was ich dir zu sagen habe. Ach, du hast mir ja wieder mal den Zug gehört. Ja, also vom Scherber soll ich doch alles machen. Den ganzen Tag hab ich schon mal Leschmittel lieferaten, ne? Und mit den Hotspiegern. Ja, mein Gansal, aber schön ist das schon. Nein, ich modell nur, wie er sie ist. Ja! Ja, die... Ja, die kommen eigentlich in die Unterlippe. Ja, meinst, war das schon gefriemelt, weil ich kann da drin einstecken. Ihr glaubst los, den hat doch noch ausprobiert. Ja, die verkennt mich doch. Sogar Reifel aufschwuchten, da einfach. Was? 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 Nein, nein. Was? Was? Das war die Zeit, die da zu dir. Hast du da noch eine andere Hüt? Andere Hüt? Nein. Ich hab nur einen Hüt. Ein? Ja, nur einen Hüt. Ich glaub' ich dir nicht. Ja. Ich glaub' ich nicht. Doch, die Zeit der Kudel-Martei hab' ich ja gar nicht gekauft. Ja, ich glaub' ich hab' ich probete